In dem Video geht es kurz um Datenmanagement und den potenziellen Verlust von Daten. Um das zu simulieren, habe ich da jetzt einfach eine Karte aufgemacht, wo ich dafür gesorgt habe, dass ein paar Daten fehlen und deshalb geht man dann an den roten Rufzeichen. Also das heißt jetzt nicht automatisch, dass die Daten kaputt sind oder gelöscht sind, das heißt jetzt nur, dass ArcGIS weiß nicht, wo die Daten sind. Ihr wisst ja hoffentlich, die Karte hat ja eigentlich nur die Verknüpfung zu den Geodaten und die Darstellung der Geodaten, aber die eigentlichen Daten liegen ja woanders rum. Gut, also wenn ich sowas sehe, dass irgendwas fehlt, dann schaue ich gleich mal immer als erstes in FileMapDocumentProperties und schaue, ob eh dieser Haken da, also das Hackl bei PathNames aktiv ist mit den relativen Pfaden. Das wird genauer in den Unterlagen erklärt, aber das ist zum Beispiel eine Fehlerquelle, wenn man die Daten woanders abspeichert oder auf ein anderes Gerät mitnimmt, auf einem Stick oder so, dann kann passieren, wenn das Hackl nicht gesetzt ist, dass das GIS gleich mal verwirrt ist und die Daten nicht findet. Genau, also das haben wir aber gesetzt. Allgemein sei gesagt, ihr seid für die Daten verantwortlich. Also wenn ihr durch irgendwelche Kopiervorgänge oder so vergesst, Daten mitzukopieren, dann können wir dann euch auch nicht mehr viel helfen, leider. Also wenn die Daten weg sind, sind sie weg. Nochmal zur Erinnerung, also wir empfehlen ja, dass ihr am besten einfach einen Ordner macht. Ich habe da zum Beispiel einen Ordner der A2-Geodaten. Da ist jetzt das ganze Aufgabe 2-Zeugs bei mir drinnen. Und es ist gut, wenn ihr alle Daten, die ihr eben in einer Karte, zum Beispiel ein MXD, verwendet, wenn ihr alle Daten dazu gemeinsam in einem Ordner habt und dann nicht großartig dann herum ändert. Wenn ihr zum Beispiel einen Geodatenordner habt und ihr ändert später den Namen von dem Ordner, das reicht schon, damit das GIS verwirrt ist. Also überlegt euch, bevor ihr arbeitet, eine Struktur und ändert es nicht für herum. Was ich da jetzt gerade habe, ich habe einfach meine Geodatenbank, in der meine Daten liegen, habe ich umbenannt einfach im Microsoft Explorer, habe ich einfach da falsch dran geschrieben, die Karte nochmal geöffnet und jetzt eben kennt sich das GIS schon nicht mehr aus. Es glaubt, man kann das normalerweise nachsehen, und das Source, es glaubt, nämlich die Daten liegen da in diesem Pfad und dann in der Geodatenbank Aufgabe 2. Da ich der jetzt einfach so, ohne das GIS zu warnen, da ich der Datenbank einen anderen Namen gegeben habe, kennt es sich jetzt natürlich nicht mehr aus. Dieses Problem lässt sich dann ziemlich einfach lösen, indem ich auf dieses rote Rufzeichen einmal draufklicke und dann einfach reingehe, weil ich weiß ja, die Daten liegen da drinnen, und dann wähle ich die Datei aus und man sieht, er hat es auch gecheckt mit den restlichen Daten. Also dann hat er verstanden, okay, die Verknüpfung liegt eigentlich dort. Und so ist das Problem eigentlich schon gelöst. Ja, wie gesagt, dafür müssen die Daten aber da sein. Wenn die Daten nicht da sind, müsst ihr euch vorher überlegen, wo könnten die Daten sein, und sie einfach an einen anderen Ort geben, wo ihr sie ja wieder findet. Wenn ihr euch zum Beispiel nicht sicher seid, was in einer Geodatenbank drinnen ist, weil die Geodatenbank in Windows schaut ja so aus, und da kann man eigentlich nicht wirklich reingehen, also es schaut irgendwie komisch aus, das bringt einem jetzt nicht viel, ihr könnt dazu zur Datenverwaltung auch den Arc Catalog verwenden. Wenn ich da zum Beispiel reinschaue, die Geodatenbank, da kann ich dann sehr wohl reinschauen, welche Daten da drin liegen, kann man die Vorschau anschauen, was das für Daten sind. Also da kann ich sicher gehen, ob die Daten überhaupt da sind oder nicht. Also wenn ihr zum Beispiel digitalisiert habt und zum Beispiel nicht gespeichert habt, dann würde man das da auch sehen, also dann könnte man schauen, okay, habe ich da überhaupt Daten drinnen in meinem Shapefile. und dann würde man sagen, Vielen Dank.